Ah, dann ist es da wahrscheinlich zu flach. Oh, dann nächste, das ist aber eine Bachforelle. Uh, die springt ja richtig. Mist. Die springt mir ja halb in den Kessel rein. Okay. 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 Ganz, aber ganz knapp vorne nur gehakt. Okay. 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 Eschen sind ja auch tatsächlich so, die hauen ja nicht ab, wenn die dich sehen. Oder bei Gefahr hauen die ja nicht ab. Hab ich gelesen. Na ja, darum ist der Eschenbestand wahrscheinlich auch so zurückgegangen. Komoran halt, ne. Na ja. Da. Damit will ich nur wenigstens in den eschenken. Hier conflictuen sanst bleiben. Wie ist es nun und auch du bist kostenlos. Der wird nur darauffounded. undert. Entsp线 sind, man mit einem politischen Export geben. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja! Auch eine Esche! Super geil! Und? Ja. Auf jeden Fall nicht maßig. Petri, trotzdem! Danke, Sam!